Hebe Bühne frei für Sydney und seine Crew, auch in der zweiten Staffel der Sport1-Sendung, die PS-Profis im Einsatz, wird PS-Profi. Sydney Hoffmann jeder Folge zum Retter in der Not und bringt ramponierte und kaputte Autos wieder auf Vordermann. Die neuen einstündigen Folgen haben im Vergleich zur ersten Staffel die doppelte Länge. Neu ist außerdem auch der Sendeplatz am Freitagabend. Der Auftakt zur zweiten Staffel der Gebrauchtwagen-Doku ist am kommenden Freitag 1. Juni ab 21 Uhr zu sehen. Neben dem Staffelstart von, die PS-Profis im Einsatz gibt es eine weitere gute Nachricht für alle Fans des Dortmunder Tuning-Experten, denn am 7. Juni erscheint Sydney's erstes Buch. Auch normal ist das nicht, Ruhepot-Schrauber helfen Kandidaten, die es wirklich verdient haben. Wie bereits in der ersten Staffel konnten sich die Kandidaten von, die PS-Profis im Einsatz, nicht selbst für die Sendung bewerben, sondern wurden von einem Bekannten oder Verwandten via Facebook ohne deren Wissen vorgeschlagen. Dementsprechend groß ist die Überraschung, wenn PS-Profis Sydney vor der Türe steht. Anschließend nimmt der Ruhepot-Schrauber das Auto mit in seine neue Werkstatt, um die Kiste wieder flott zu kriegen. Siegnes Drew mit Chefmechanika, Pedro, Ersatzteil-Spezialist Tobi, Mistuning-Leo, Organisatorin Karin und Eura unter anderem ist ein eingespieltes Team, trotzdem läuft nicht immer alles nach Plan und die Uhr tickt gnadenlos. Siegnes Auftakt zur zweiten Staffel mit dem Sie muss sich fast rund um die Uhr um ihre kranke Mutter kümmern und hält sich daher mit Minijobs über Wasser. Mit Autos hatte Cathy bislang kein Glück, obwohl sie dringend einen fahrbaren Untersatz für die Arztbesuche ihrer Mutter braucht, der letzten Wagen musste zwei Wochen nach dem Kauf schon auf den Schrott, nun hat Cathy die letzten Ersparnisse für einen VW-Polo in fragwürdigem Zustand aufgebraucht. Ihre beste Freundin Victoria sieht nur einen Ausweg aus der Misere und wendet sich an, die PS-Profis, Sidney macht sich prompt auf den Weg nach Norderstedt, um Cathy zu überraschen. Doch nach dem freudigen Empfang folgt die Ernüchterung, denn der Polo hat einen Motorschaden. Ob Sidney Trotz der vielen Baustellen den Wagen wieder rechtzeitig flott kriegen, zeigt Sport1 am Freitag 1. Juni, ab 21 Uhr Die PS-Profis geben weiterhin nicht nur im TV-Vollgas auch bei der neuen Sendung. Die PS-Profis im Einsatz sind die Folgen direkt nach der TV-Ausstrahlung kostenlos und in voller Länge zusammen mit Bonus-Material und Outtakes auf sport1.de und im offiziellen YouTube-Channel abrufbar. Auf der Facebook-Fanpage Duos mit derzeit rund 480.000 Fans werden zudem die Themen der Sendung weiter diskutiert, aktuelle News und Bilder veröffentlicht sowie Outtakes und Videos mit den besten Szenen hochgeladen. Sidney Hoffmanns erstes Buch Normal ist das nicht erscheint am 7. Juni 2018 in seinem ersten Buch Normal ist das nicht, das am 07. Juni 2018 im Eden-Books Verlag erscheint, zeigt PS-Profi Sidney Hoffmann, dass er noch weit mehr Auflage hat als absolute Autoverrücktheit. Er verrät nicht nur eine Menge Tipps und Tricks rund ums Tuning, sondern gibt auch sehr persönliche Einblicke in seine Vergangenheit und besondere Kindheit. Passend zum Erscheinen des Buches findet am 08. Juni um 16 Uhr eine Signierstunde bei Taya in Dortmund statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017